hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine sbc dies zu lösen gilt heute ist das team of the group stage event gestartet und somit haben wir auch die erste spieler spc mit keinem geringeren als harry kane 93 bewertet und er kostet uns circa 180.000 coins das natürlich immer abhängig auf welcher plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen marktgegebenheiten können auch preisschwankungen vorkommen wir schauen uns das spiel an und gehen dann natürlich noch in die sbc lösung 93 bewertet und somit auch seine beste karte im aktuellen eafc teil und er hat ja bereits eine oder sogar zwei inform karten das sind live bezogene karten eine trailblazers karte und jetzt die auch sagen wir mal live bezogene karte denn er hat ja durch seine leistung diese karte auch im endeffekt erhalten 93 bewertet er hat soweit ich jetzt schon mal sehen kann einen anderen place da schauen wir uns noch mal gleich an ich glaube das ist dieses ein klemmen wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher fünf sterne schwacher fuß genauso wie bei seinen anderen karten drei sterne skills also der schwache fuß elementar finde ich sehr wichtig sogar ja seine bevorzugte position ist natürlich die stürmer position alternativ ms hat ein oder hat glaube ich sogar jeder stürmer auch inne ansonsten hier haben wir noch mal gegenüber seiner normalen gold spieler karte haben wir ein upgrade von plus elf tempo das ist nicht schlecht auch noch mal wir haben ja schon max schießen fast da gibt es auch noch mal plus drei ging bei seiner gold karte plus vier passen plus fünf drilling plus drei def und plus mehr plus vier mehr physis also die karte sieht für den preis bin ich super angenehm aus also wenn ihr ein bundesliga team habt oder bayern fan seid dann warum eigentlich nicht die karte sieht schon ziemlich gut aus okay wie angesprochen haben wir hier einen anderen playstyle das ist immer ja individuell wie ihr damit klarkommt er hat jetzt hier den first touch und hier haben wir genau das mit dem einklemmen ist beim einklemmen des balles also minimal fehler anfällig und kann dadurch schneller und mit größerer kontrolle ins dribbling übergehen also finde ich ganz nice sogar also damit behält er sicherlich den einen oder anderen ball den man ihnen zu passt besser bei den füßen und somit ist er auch dementsprechend auch torgefälliger meiner meinung nach und dann würde ich mal übergehen wie ihr vielleicht einbauen könnt und wir haben nämlich folgende option vielleicht kennt ihr das ja viele fragen mich immer hey bei instagram kannst du mal team bewerten dies und das ich habe jetzt eine super möglichkeit check mal unten den link ab in der video beschreibung wenn ihr ein paar spieler im verein habt dann könnt ihr quasi mit diesem tool team bis aufs maximum optimieren ja also sagen wir mal sagen wir mal ihr habt jetzt noch den den sabitzer oder ihr habt jetzt den bellingham und den habt ihr glücklicherweise irgendwie gezogen oder wie auch immer aus diesen ich glaube jetzt auch aus dem aktuellen event sich gerade und dann habt ihr vielleicht noch so was nicht 250.000 coins also ihr habt schon richtig gutes team und jetzt habt ihr nur noch 250.000 coins und könnt euch damit quasi das bestmögliche team für diesen preis dann noch mit künstlicher intelligenz generieren lassen ihr habt dann auch verschiedene möglichkeiten ihr könnt natürlich hier noch andere spieler hinzufügen und euch wird hier quasi mit diesem budget dass diese bestmögliche option dann anhand von so einem meter score präsentiert und dann habt ihr noch verschiedene weitere wie weiter wir vorgehen haben wir dann geringeren oder gleichen meter score also sehr interessant könnt ihr mal auschecken falls ihr da auf der suche nach einem guten team seid und das hat ja natürlich alle okay gehen wir rein und schauen wir uns die lösung an es gibt zwei spcs an der zahl wir haben hier team england und eine spc bundesliga und hier brauchen wir haben wir folgende bedingungen spieler mindestens einen aus der nation oder beziehungsweise von der nationalität england team gesamtbewertung 85 und natürlich elf spieler und auch mit hilfe des tools zeige ich euch natürlich auch noch die günstigste lösungsmethode könnt ihr dann einmal kurz pausieren und euch die spieler vom transfermarkt erst neipen beziehungsweise sogar besser günstig erbieten da sind sicherlich noch mal ein paar tausend coins weniger drin und dann könnt ihr harry kane am ende erst nennen okay also kurz pausieren screenshot machen oder wie auch immer und dann habt ihr die erste spc gelöst schauen wir uns nun die zweite an ist ein bundesliga team und hier brauchen wir einen bundesliga spieler und eine team gesamtbewertung von 87 und auch hier ist das die günstigste lösungsmethode falls ihr den lidmann nicht bekommt dann könnt ihr euch auch einen anderen auswählen vielleicht die frau pop wie gesagt checkt auch mal das tool und in der video beschreibung aus gibt auch ein exklusives angebot ist aber sonst auch kostenfrei nutzbar okay dann aber auch das letzte team von 133.000 coins abgeschlossen und somit gehört euch harry kane dann dürft ihr harry kane euer eigenen zumindest in iafc und damit ja und ich befürchte schon werde ich häufig dann in einigen online matches dann auch sehen ja ausprobieren ja gerne meine kommentare in den kommentaren schreiben was ihr von der karte so haltet ich finde sie ganz cool ich würde da eventuell noch noch ein hunter drauf geben denn ja 80 tempo ist jetzt nicht ganz schlecht aber auch nicht ganz so gut von daher hat er dort natürlich sein defizit gibt dann gibt dann hunter drauf dann habt ihr noch mal oder auch vielleicht vielleicht sogar ein katalys dann habt ihr noch ein bisschen besseres passspiel denn der schusswert ist ja ohnehin schon fast auf dem maximum aber naja dann habt ihr es ganz auf maximum okay das wird es gewesen sein gerne leiten gerne kommentieren und falls noch nicht gemacht habt auch kostenlos abonnieren in diesem sinne reingehauen wieder schauen